Video auf mein Kanal mit dabei der Ja nice Ich bin heute mal wieder eine Runde gegen die Zombies Ja genau, wir haben uns eben schon ein bisschen aufgewärmt Und ja Ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal Level, äh, Runde 10 erreichen Weil das wäre echt mal was Neues halt, ne? Sozusagen Ja Ja Ich mache gerade Video Okay Ah, ist klar Amo hat gerade richtig angeschiss bekommen Alter, das war so hart Der hat gerade richtig angeschiss bekommen Der musste gerade seine ganze Playstation und alles ausmachen Seine Mutter hat den einfach nur richtig angeschiss Das war richtig hart Und ja Hey, der Amo Ach egal, sag ich dir gleich Ich habe gerade mit meinem Vater geredet das ist sehr gut Ich bin ganz böse Ich bin ganz böse Ich bin ganz böse Aber ich wollte warten, bis er kommt Hey, guck mal, was hier rumliegt Du hast mich angefasst. Ist der nirgends sicher? Lappete Punkte! Der Gestank des Todes hängt mir in der Nase. Mir kommt noch eine Runde. Ich mach zwei Videos. Und ja, das wollte ich euch noch sagen, Leute. Ich mach jetzt nur noch zwei Videos pro Tag halt. Wenn's nicht so gut klappt mit den Hausaufgaben und so, mach ich vielleicht auch nur noch eine. Also, ich hab 17 am Tag hochgeladen. Das ist übertrieben scheiß viel. Also, ja. Ja, das werd ich dann halt auch jetzt ein bisschen ändern, weil das echt hart. Hey, wo? Hä, wo ist denn das Teil? KP? Ja. Ja. Scheiße. Ja. Shit. Versuch nicht zu sterben. Ich baller sie ja auch ab. Ich freu mich schon auf meine Rache. Die wird richtig süß. Maximale Munition! Ja, okay. Ich hab's eingesammelt. Nutz! Auf jeden Fall. Ja, wie schon gesagt, eins, eins, zwei, drei werden vielleicht auch kommen, wenn ich mal richtig viel Zeit hab. Und, ja. Also, ich hoffe, das geht klar. Also, sieb... Ach so, ja. Ja, ich mach auf. Wo, 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 wo? Kommen zumbis? Ach so, und natürlich noch dabei, der. Noah? Das ist gar nicht gut. Hallo. Können wir mal jemanden helfen? Noah? So nah am Tod zu sein macht lebendig Okay, das macht dann mein Vater Oh, mein Handy hat gebimmelt Wer hat mir bloß geschrieben? Amo, warst du das? Okay Alter, hast du ge... Du hast eben richtig scheiß Ärger von deiner Mutter bekommen, oder? Eine 6 in Deutsch Ja, sowas mit... Was ist mit denen? Wenigstens weiß ich, was mir bevorsteht Alter, die K1 ist recht gut Muss ich sagen Hä, wo? Ja, wahrscheinlich Da ist ein Zug Ja, hier ist auch ein Zug Ja, hier ist auch ein Zug Hier ist auch ein Zug Das ist für mich Ich wünschte Ich würde diesen Zauberhaftesten Aller Zauber Beherrschen Jetzt bin ich sauer Das Gerät Das Gerät haußer Kontrolle Das war ein guter Konter Sie haben mich kalt erwischt Nein Wieder nur 8 Runden, Alter Scheiße Okay, Leute Leider wieder nur 8 Runden Schade Echt schade Okay Und ja Ich mache natürlich auch noch eine Roomtour Und ich mache auch noch eine Bilou und Klopina Challenge Also Bilou machen wir nicht Weil das ist ja eigentlich Creme für die Haut Ja, von mir aus Auf jeden Fall das ist richtig scheiße Wenn man das dann isst Und Warum ist eigentlich Zockerkin rausgegangen Was? Er fährt weg Ah, das ist klar Ja, okay Also Ich mache dann auch noch Halt so eine Challenge Alter Ja, jetzt können wir wieder auf Giant Und Ja Dann mache ich Ich mache noch mehr Challenges Auf jeden Fall Auch noch Let's Plays Natürlich Und ja Dann sage ich schon mal Das war es mit dem Video Schaut es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat Dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da Und ja Abonniert meinen Kanal Und dann sage ich immer noch 3 2 1 Ciao